Wir bringen Ihnen das Interessanteste und Aktuellste aus allen Ländern der Bundesrepublik in Wort und Ton. Hier ist die Bundesrepublik Radio. Das ist gut, nicht wahr? Ja, 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 ja. Ein Mann wollte sich beschweren gehen bei einem Funktionär. Den kann ich jetzt nicht stören gehen, so sprach sein Sekretär. Der ist in einer Sitzung drin, da rief der Mann darauf, na, wenn er in der Sitzung ist, na, dann wecken Sie ihn doch auf. Manana, manana, na, sehen Sie, was alles so passiert. Manana, manana, na, sehen Sie, was alles so passiert. Zu seiner Frau nach Hause kam des Nachts Herr Gustav Frank und stürzte wie ein Rasender sofort zum Kleiderschrank. Im Schranke stand ein fremder Mann, der sagte nur und lacht, ich warte auf die Straßenbahn, ja, was haben denn Sie gedacht. Manana, manana, na, sehen Sie, was alles so passiert. Manana, manana, na, sehen Sie, was alles so passiert. Herr Stahl, der küsst ein Mägdelein im Bonnemonat Mai. Das eine reine Unschuld war, sie fragte, was das sei. Ich habe dich erschreckt, mein Kind, erklärte ihr Herr Stahl. Da rief die reine Unschuld, ach, erschreckt mich doch noch mal. Manana, manana, na, sehen Sie, was alles so passiert. Manana, manana, na, sehen Sie, was alles so passiert. Herr Meier ist doch neulich da ein tolles Ding passiert. Er hatte keine Haare und hat alles schon probiert. Doch plötzlich links und rechts vom Kopf zwei Beulen fürchterlich. Er hatte aus Versehen Knolles Busencreme erwischt. Manana, manana, na, sehen Sie, was alles so passiert. Manana, manana, na, sehen Sie, was alles so passiert. Ein Dürmdre kriegt ein Baby, das war schokoladenbraun. Passiert, passiert, sie muss sich ihrem Vater anvertrauen. Der Vater, der ist wütend, schimpft und rauft sich dann die Haar. Doch endlich sagt er Gott sei Dank, wenn's nur kein Preuse war. Bavaria, Bavaria, na, sehen Sie, was alles so passiert. Germania, Germania, marschiert im Geist in unsere Reihen mit. Wir tanzen nicht mehr Polka, wie früher Tante Olga. Ab morgen tanzen wir nur noch nach Matschmusik. Die Haare kurz geschoren, Herms Nils wird neu geboren. Somit links, zwei, drei, vier. Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein. Und das heißt Lohbergreis. Und vom Petersberge kommen wir. Morgen sind wir wieder unter Offizier. Und dann können wir kommandieren und wir landen das Schikanier. Ja, aufmarsch, marsch, sie, uhu, aufmarsch, marsch. Denn wir waren mal alle in der Partei. Ja, in der Partei, in der Partei, in der Partei. Mein Vater war in der Partei, meine Mutter war in der Partei. Mein Bruder war in der Partei, meine Schwester war in der Partei. Und nun sind wir alle enazifiziert. Enazifiziert, enazifiziert, enazifiziert. Mein Vater enazifiziert, meine Mutter enazifiziert. Mein Bruder enazifiziert, meine Schwester enazifiziert. Ja, und nun sind wir wieder alle in der Partei. Ja, in der Partei, in der Partei, in der Partei. Wenn das so weitergeht, singen wir ein Lied durch. Wir sehen uns wieder in Heil und Lied.